Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir sind wieder im Kapitel 20 bei der Infinitivkonstruktion und behandeln nun das Verb beabsichtigen etwas zu tun. Sprechen Sie mir bitte nach. Er beabsichtigt ein Auslandsstudium aufzunehmen. Er will ein Auslandsstudium aufnehmen. Er beabsichtigt ein Auslandsstudium aufzunehmen. Vergessen Sie nicht das Komma vor dem erweiterten Infinitiv. Nummer 1. Er will in den USA Medizin studieren. Er beabsichtigt in den USA Medizin zu studieren. Nummer 2. Er will sich auf Krebskrankheiten spezialisieren. Nummer 3. Er beabsichtigt, sich auf Krebskrankheiten zu spezialisieren. Nummer 3. Sie will bei den Ärzten ohne Grenzen mitarbeiten. Sie beabsichtigt, bei den Ärzten ohne Grenzen mitzuarbeiten. Nummer 4. Sie will zwei Jahre in Afrika praktizieren. Sie beabsichtigt, zwei Jahre in Afrika zu praktizieren. Nummer 5. Mein Freund will Zahnmediziner werden. Mein Freund beabsichtigt, Zahnmediziner zu werden. Nummer 6. Meine Tochter will sich in der Altenpflege engagieren. Meine Tochter beabsichtigt, sich in der Altenpflege zu engagieren. Und Nummer 7. Meine Frau will ehrenamtlich im Sozialdienst mitarbeiten. Meine Frau beabsichtigt, ehrenamtlich im Sozialdienst mitzuarbeiten. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zur nächsten Übung.